Rechts ist irgendwas, da geht was lang. Was ist da? Noch eine Kamera. Gibt es ja noch eine Kamera, die näher dran ist oder so? Ja, da, aber so weit ist es ja unter mir. Ne, warte mal, der da steht, glaube ich, gut. Und, äh, kann aber auch nicht hacken. Da können wir hin. Oh. Ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinchecken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein, wenn sie dich in eine EZV-Telle stecken. Scheiße. Äh, wir dürfen, glaube ich, nicht entdeckt werden. Das habe ich gerade herausgefunden. Äh, sehr interessant. Okay. Hä, what the fuck? Okay. Vollstrecker take down, okay. Ich kann uns aber die ganzen Wachleute markieren, ne? Ey. Fuck it. Okay, äh, muss ich da jetzt einfach ganz langsam langlaufen, oder was? Oh, okay. Was? Oh. Oh, okay. Okay, whoa, good. Oh, okay. Oh, okay. Oh eu, okay. Do you guys? Um, okay. Oh, okay. Bye. You bye, bye. No, I don't鳥. Scheiße. Vielleicht muss ich jetzt mal ganz schnell von Deckung zu... Wo? Von Deckung zu Deckung. Ja, und jetzt? Da ist was. Was müssen wir denn hier genau machen? Besorgen, 6 Meter. Okay, dann erstmal warten, bis er weg ist. Der dreht sich ja gleich wieder um. Na? Ah, ich glaube ich muss hier runter, oder? Ganz oben? Nein. Okay, das wird die Polizisten anscheinend nicht. Aber die sollen jetzt mal ganz schnell gehen. Okay. Okay, jetzt geht er. Endregel ist schon mal. Kannst du denn hier vorbei gehen? So. Okay, dann gehen wir wieder raus. Weil er hat ja echt ne Pfammkern in der Hand. Muss ja sehr, äh, gut sein hier. Da ist er Schwachschild erkannt. Ich hoffe, dass ich uns jetzt hier nicht... Okay. Boah, jetzt ziehst du den Scheiß schon wieder. Äh, wie war das nochmal A, ne? Ah, X. Von oben auch noch. Scheiße, ja, irgendwie soll man das jetzt machen hier. Von unten auch noch. Von oben. Was musst du jetzt machen? So. Ah, okay. Ja. 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 Ich denke nicht mehr an diesen Kerlen. Ich höre nicht echt. Interessant! Hässlich wie die Nacht. und wie krieg ich dich jetzt vom dach beruf häftling er ist verbrechen die mit dem Ulrich und und Kamera ich muss ihn erreichen bevor sie interessant wir machen haben im keller nein verdammt aber jetzt darf ich es nicht noch mal machen mutterfack muss es jetzt echt noch mal machen und gefangenen finden ohne witz alter kommen geht doch gar nicht also ich muss es einfach untergehen oder zum auf mich zu entdecken die ganze zeit hier geht aber gar nicht alter ja und jetzt runter ist voll unauffällig wenn auf einmal einfach mal so der Fahrstuhl aufgeben so ne anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet sie dich anbringt auch zurück ins Gefängnissystem die Tür steht offen und die Etage ist leer es wurde keine stille Alarm ausgelöst pass auf verurteilt wegen rassistischen Profil Profiling wir durch Abteilung von Untertitel die Prüfung der Untertitel denkt im Alter geht weiter mit einem neuen da oben wir wollen auch Ihren Anteil ich sag's doch das war kein Ding wir wurden gerufen man wir wurden reingelegt wir haben wir noch was glaubst du wir machen dich nicht kalt ich kann das nicht ich kann das nicht ich kann das nicht okay wir müssen das jetzt erreichen so haben wir schon auch da liegt aber so eine waffe wirklich im leichensack nach hause fahren das leben schwer Köpfe runter! Wo bleibt die Verstärkung? Geh in Deckung! Ich brauch Verstärkung, jetzt! Achtung, Schüsse! Alle Worte, fuck, wie viel Frist, ja! Geh wieder in Deckung! Ich hab Probleme! Zum Beispiel viele von mir, aber kein... Geh in Deckung! Niemand interessiert deine Probleme. Vorrück, über die Seiten! Da schießt einer! Wow, das war schnell Deckung gehen. Nein! Nein! Oh Gott, Alter! Puh! Puh! Das ist ein Witz! Greif mir das Ziel jetzt an! Was?! Das kann doch nicht alle los sein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Los! Los! Halt! Doh! Sch... Prozent und der Faktum ist echt verarschen das wo er als auch ohne Witz die können hinloggen dann kann ich das springen Haltet ihn auf! Ich glaube, wir haben das Ziel reichlich unterstützt. Boah, endlich. Junge. Junge.